Als Mitglied der Geschäftsleitung der MA möchte ich Sie hier herzlich auf der AMB, der Maschinenbaumesse in Stuttgart, begrüßen. MA ist Applikationsspezialist in der Fertigungsmesstechnik. Mit 1400 Mitarbeitern sind wir weltweit für Sie da. Wir bieten Messlösungen vom Messschieber bis hin zum kundenspezifischen Design und machen natürlich auch hier die gesamte Inbetriebnahme, die Kalibrierung, die Wartung und auch die Reparatur vor Ort. Mit Ersatzteilen stehen wir innerhalb von 24 Stunden für Sie bereit. Als Applikationsspezialist finden unsere messtechnischen Lösungen Anwendung im Automobilbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Optik und in der Medizintechnik. Auf der Messe hier in Stuttgart präsentieren wir neu unsere Geräte zur Werkzeugvermessung. Die TM500 ist ein optisches Messgerät. Die Maschine selbst wird eingesetzt im Bereich der Werkzeugnachschärfung. Im Beispiel sehen wir hier einen Bohrer, der nach dem Schärfen entsprechend vermessen wird. Interessant für den Benutzer sind eben hier die Informationen a zur Werkzeuggeometrie an der Spitze, als auch hier die Schneidenqualität der Bohrgänge. Und auf der anderen Seite unsere Geräte zur Werkzeugvoreinstellung inklusive der Werkzeugschrumpfung. Mit dem MA-Preset 1800 TMM haben wir heute die Möglichkeit, Werkzeuge in einem Rutsch einzuspannen, einzustellen und in den Werkzeughalter einzuschrumpfen. Das eingeschrumpfte Werkzeug kann dann maximale Drehmomente aufnehmen, ohne an Qualität und Positionierung zu verlieren. Nun möchte ich Ihnen unseren neuesten Formtester MMQ400 vorstellen. Diese Maschine ist mit einer langen Achse in Z ausgerüstet, 900 Millimeter in Höhe. Diese Maschine kommt besonders im Automobilbau zum Einsatz. Hier müssen Form- und Lagetoleranzen als auch die Rundheiten an langen Wellen gemessen werden. Und hier unser Marsurf M400 als absolute Weltneuheit. Das erste Mal hier ausgestellt auf der AMB in Stuttgart. Hier sehen Sie ein Rauheitsmessgerät, ein kufenfreies Rauheitsmessgerät zur Messung von Rauheiten und Formelementen an Werkstücken. Das Gerät Gear Marsurf M400 zeichnet sich in seiner Klasse besonders durch die automatische Tasterabsenkung aus. Ein weiteres nettes Feature ist eben hier auch dieser Breakaway-Probe, der eben bei Kollisionen verhindert, dass der Taster zerstört wird. Ein Tastertausch ist ohne weiteres und einfach möglich durch die magnetische Halterung des Röhrchens mit der Diamantspitze. Wir laden Sie ein, uns hier auf unserem Messestand zu besuchen. Das Messeteam und ich würden uns freuen, wenn wir Ihnen unsere Leistungsfähigkeit präsentieren könnten. Vom Messschieber bis zur kundenspezifischen Lösung haben wir alles bereit. Bringen Sie Ihre Werkstücke mit und wir freuen uns, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Bringen Sie Ihre Werkstücke mit und wir freuen uns, mit Ihnen ein Gespräch zu führen.